Das ist der Handpfiff, das Spiel läuft. Und da sehen wir mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Die Mannschaft spielt heute im klassischen 4-3-3 mit zwei Stürmern auf dem Flügel. Bernhard, Cialanoglu. Und wieder Piszczyk. Robben. Jetzt haben sie den Ball verloren. Kostic. Der kommt gut. Elk Ball geht's. Heute seine 50. Partie für den Klub. Der ist aus dieser Mannschaft nicht wegzudenken. Gut aufgepasst da von Boateng. Ganz einfach an den Ball gekommen. Pövedes. Da wird er gestört. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Gonzalo Castro jetzt. Castro am Ball. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Und Obermeyang. Den Ball hat er. macht er ihn. Ein unfassbares Tor. Das macht er ganz cool. Wo andere vielleicht die Brechstange auspacken, löst er das mit seiner brillanten Technik. Und er macht's genau so, wie man's von ihm erwartet. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie's hier weitergeht. Pass auf Robben. Und da hat er ihn da draußen gestoppt. Kostic. Da ist der Ball weg. Und den Ball hat er sich geholt. Jetzt haben sie den Ball verloren. Und er schießt. Super Einsatz vom Torhüter. Ja, das gibt Eckball. Vidal. Obermeyang. Verhakt. Chalanolu. Gündogan jetzt haben wir. Bernhard. Kostic. Elegant gelöst hier. Jetzt haben sie den Ball. Abstoß. Da war keiner mehr dran. Kostic. Castro am Ball. Toprak. Hermann. Jetzt Obermeyang. Und jetzt Gündogan. Er versucht's. Der ging deutlich daneben. Kompliment an die Abwehr. Ja, die Verteidiger haben ihn gut unter Druck gesetzt, sodass er hier deutlich verzieht. Castro am Ball. Dick erst, er schießt. Und da ist das Tor. Ein Treffer mit Ansage. Denn sie haben sich hier ein ziemliches Chancenplus herausgearbeitet. Ja, das machen sie wirklich gut. Kommen zu vielen Abschlüssen. Hätte man so vielleicht vor dem Spiel nicht unbedingt erwartet. Schaut doch gut aus. Es steht 2 zu 0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Jetzt Müller. Bernhard. Kostic. Ball jetzt bei Lahm. Und Obermeyang. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Jetzt Gündogan. Nun Obermeyang. Und da geht der Spieler dazwischen und fängt den Pass ab. Sie holen sich den Ball. Nun Obermeyang. Toprak. Verhakt. Superflanke. Das war einfach. Und er hat den Ball. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Gündogan am Ball. Toprak. Und jetzt Gündogan. Obermeyang. Den Zweikampf führt er gut. Jetzt hat er den Ball. Thomas Müller jetzt. Und jetzt Lewandowski. Die Chance zum Tor. Abgepiffen. Fahne oben. Und nun Castro. Bernhard. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. Zwei Minuten sind es noch. Und Gündogan. Chalanolu. Ein toller Pass. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Der Ball rollt. Die zweite Hälfte läuft. Bernhard. Super Timing. Den Ball holt er sich. Jetzt Müller. In der Szene muss er pfeifen. Einsatz war zu hart. Er nimmt ihn in die klare Torchance. Und dafür muss er runter. Es ist relativ einfach. Der Platzverweis, wie ich finde, Wolf, absolut vertretbar. Das war verdammt knapp hier. Ach, da hat nicht viel gefehlt. Und damit ist der Ball weg. Und Obermeyang. Das war wichtig, dass er da an den Ball kommt. Jetzt schießt er. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Jetzt Obermeyang. Hermann. Sauberes Tackling. Und so haben sie jetzt Ballbesitz. Kostic. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Chalanolu. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Da kommt der Schuss. Niedal. Da kann er sich den Ball holen. Jetzt Obermeyang. Gute Aktion. Und den Ball nimmt er locker auf. Chalanolu. Kostic. Thomas Müller. Jetzt Obermeyang. Der Verteidiger stört ihn. Er lässt sich den Ball nicht abnehmen. Schalanolu. Und Hermann. Mitspieler frei. Jetzt kann der Pass kommen. Obermeyang. Sané. Und jetzt Boateng. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Und Obermeyang. Sané. Und der weite Ball auf Robin. Das macht der Abwehrspieler gut, setzt den Gegner unter Druck und holt so den Einwurf raus. Wir hören die Fans, wir hören die Gesänge, die drei Punkte scheinen nur noch Formsache. Und wer will es Ihnen verdenken bei der Leistung Ihrer Mannschaft bisher? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da noch was schief geht. Und der… Chalanolu. Nun Obermeyang. Gündogan am Ball. Müller am Ball. er hat den ball gutes deckling hermann nun gündogan klasse mit der hacke bernhard und den ball hat er sich geholt da geht roben vorbei da verlieren sie den ball gut gearbeitet er hat den ball und hermann das macht er sehr gut klasse tackling obermeer es gibt abstoß der ball war im aus da ist die auswechslung die fans feiern kein wunder definitiv einer der besten spieler auf dem platz so wird das nix vielleicht zu lässig hier kammer gut den ball hier im mittelfeld erobert der ball ist weg und jetzt könnte der gegner angreifen er zieht ab nee der ball geht daneben das kann er definitiv besser und er schießt das hat der verteidiger klasse gemacht so kommt der schuss nicht durch es gibt sie noch die eine chance und der torhüter geht auch mit in den strafraum jero bortig erneut ecke boating und da geht er bald vom posten ins aus superaktion tolle technik und obermeer den ball kann der torwart aufnehmen das ist es gewesen das spiel ist vorbei trotz unterzahl gewinnt